Es ist echt kein Spaß, wenn Leute sagen, dass das hier Freundschaften zerstört, ne? Ich lösche gleich die Nummer von Maxi. Hi, ich bin's, Gustav mit F und heute zum ersten Mal mit dem versprochenen Mario Kart 8 mit Maxi, Fufu und Jessi. Wir haben hier acht Rennen gespielt und falls ihr, was werden wir bestimmt nochmal machen, falls ihr eher bei Streams dabei sein wollt, Twitch.tv slash Gustav Gabel. Ich streame jeden Tag ab 14 Uhr, außer Montag und Freitag. Und heute also am Samstag um 14 Uhr fängt es dann an mit dem zweiten Pokémon-Teil von Nuzlocke. Falls ihr darauf Bock habt, schaut also gerne vorbei. Erster Link in der Beschreibung und die Links in der Beschreibung zu den anderen Kollegen hier. Also Maxi, Fufu und Jessi findet ihr auch in der Beschreibung. Und viel, viel Spaß. Also wenn ihr bei der Zwei die Hand hebt. Jetzt. Ja, okay. Das hat schon funktioniert, ne? Ja, ich hab ein bisschen zu spät gemacht. Ich hab's gesagt und dann erst später gedrückt selber. Man kennt mich, ne? Also ich bin fast letzter. Ja, dann fahr mal besser. Also einfach nur eine Empfehlung vom Hause. Das hat mein erstes Mai, dass er spiele. Das glaub ich dir ja wohl niemals, mein Freund. Ey, wer hat die Rote geschmissen? Au. Warum sind das zwei Rote, Mann? What? Drei Rote, oder was? Ey, das ist aber echt nicht so fair. What? Komm, erst mal drei Rote zu mir, ey. Ehre ist nicht vorhanden. Nein, blau. Ja, blau, nice. Gönn dir. Ja, wow, super. Wer hat die blaue? Ich nicht. Oh, so cool. Warte, hier. Hey. Wait. Alle meine drei, äh, Pilze. Äh, wer sind Pilze? Okay, ey, ich verstehe gar nicht. Ich sag gar nichts mehr. Ja, warum nicht? So, Maxi ist wieder vorne und tut so, als wenn er gut wäre. Wie bitte, Mick, äh, hier, Jessie? Mick, Jessie, alles klar. Er hat halt schon am meisten gespielt, wahrscheinlich. Ich hab das Spiel auch gar nicht gespielt, wirklich. Au, Rot. Warum Rot? Ja, ja, ja. Ja, Rot ist echt gemein, ne? Aber Rot können manchmal auch diese Boostinger sein, ne? Wait, nee, ich mein jetzt, äh, Rot, die, die Schale. Die Schale. Oh, wow, Maxi, da oben war ich noch nie, ehrlich gesagt. Also ich noch nicht, nee. Ich bin zweiter Platz die ganze Zeit, weil Maxi einfach vorne hinweg fährt und nicht angegriffen werden kann. Oh, eine blaue Schale. Nein. Leider, Maxi ist soweit vorne, dass es trotzdem nicht hilft. Nee. Ich dachte schon, mich überholt noch jemand. Oh, Mann, ey. Das ist immer das Gleiche mit Maxi. Maxi spielt immer seine eigenen Fähigkeiten runter, aber der kann das Spiel. Das merkst du direkt. Ich kenn das nur von früher noch. Gerade auch so Sechster. Ey, allein schon, dass du immer diesen oberen Weg gewählt hast. Ich weiß nicht mal, wie das geht, mein Freund. Ich hab auch den oberen Weg genommen, immer. Ich weiß nicht, wie das geht, Freunde. Boah, ich will nicht, dass dieser kleine Mann diese große Kronan hat. Was, kleiner Mann. Was, kleiner Mann. Wie ist das, wenn ich das mache? Ich drück mal L, wenn ihr kein Item habt. Oder wie das heißt. Ja, L, dann hupen wir so, ne? Nee, Maxi, du Arschkuhl, ich seh das so. Warum ein paar geht draußen außen lang? Keine Ahnung, das sind so Booster. Keine Ahnung, ich war langsamer, weil ich die ganze Zeit... Ich wurde in die Wand reingedrückt. Durch die Schnelligkeit. Nice. Haha, Maxi, geht an. Banane. Hallo. Ah, geh mal weg hier, wer is'n das neben mir? Ah, diese Banane. Arschloch. Arschloch. Was? Diese Banane. Arschloch. Warum knie ich so lange? Wait, ach so, runterdrücken. Ah, jetzt versteh ich's. Ja. Ich hab's gerade offen bei mir getroffen, aber du... Okay. Nee, ich kann zaubern. Ups, was ist das? Hier. Oh, das ist mein Tod. Ja, ich hab gesehen, dass es gemacht hat. Gönn dir. Ich hab meine Rose jetzt weggeschossen aus Versehen. Hast du gesehen, oder? Ja, ich war direkt hinter dir. Oh, come on, ey. Geh, bitte. Ach, Mann. Ah. Oh, nicht noch einer. Ich bin endlich wieder vorne gewesen. Ja, was soll ich machen, ey? Du bist hier in mich gefahren. Glaubst du, ich akzeptiere das einfach so? Ja. Au. Jetzt sogar noch eine Rote. Hallo, Buster. War das ein Pilz? Ja, zweite Runde hintereinander an der gleichen Stelle. Mann, wie trifft mich der Grüne da aus dem Nichts? Hauptsache, du verlierst mal. Das ist echt mein einziger Wunsch. Gönn ein gutes Item, komm. Was ist denn das für ein Kack? Was soll ich damit? Nice. Sie bleibt so stehen. Item Qualität nach Spieler Qualität, sagst du? Au. Ich sehe nichts, aber hier ist eine Grüne hinterher. Endlich mal gewonnen, Junge. Mann. Oh mein Gott. Wobei ich meine Rote fein gelassen habe, auch erst versehen. Ja, das war schon echt. Das war der Anfang vom Ende für dich, ne? Wir sind nicht die ersten vier. Weißt du, Fufu fährt durchs Ziel und wirft nochmal diese drei grünen Dinger hinterher. Ja, klar. Weil Leute, die auch ins Ziel reinfahren wollen. In dem Spiel, Spiel. Oh, guck mal, wer die Krone anhat. Oh, ich hab voll Schasse gedrückt. Lol. Ich hab R2 gedrückt zum Fahren. Scheiße, Mann. Ey, sowas darf dir nicht passieren. Ich hab so Angst vor denen. Oh, what the fuck is happening? Warum kriege ich sofort eine Rote ab? Ich hab so Angst vor denen. Oh, mein Gott. Ich hab die Strecke. Warte, ich hab die falsche Tasche. No, ich wurde zermatscht. Ja, Maxi. Let's go. No, ich bin runtergefallen. Oh, mein Gott. Das hören wir, glaube ich, jetzt noch öfter, oder? So rein aus dem Gefühl heraus. Ich hab alles geschenkt. Maxi. Wow. Komm zurück. Die Lautstärke dieses Maxi. Ich bin in die Banane gefahren. Scheiße. Was hab ich mit diesen Items? Oh, come on. Wow. War das deins gerade? Meinst du nicht? Okay. Was bringen eigentlich Münzen? Ich hab's nicht verstanden. Wenn du 10 hast, fährst du, glaube ich, ein Stückchen schneller. Als ob ich jemals 10 bekomme. Oh, eine blaue. Oh. Schade. Ich hab trotzdem eine schöne Zeit. Das war close. Nein. Nein, hier ist doch eine rote, oder? Oh, come on. Und da ist ja jetzt aber die... Ey, noch mal, ey! Ey, Maxi, du kleiner Pisser, Alter. Ganz ehrlich. Blaue und zwei rote hintereinander, ja? Alles klar, Mann. Ey, blaue hatte ich nicht, okay? Ey, noch eine rote. Boah. Ah, okay. Noch besser. Wow. Digga. Das ist... Wie unverdient kann ein Mensch gerade gewinnen, oder? Der hat nichts von dem, was er da gerade hat, verdient. Nichts. Nicht besser gefahren. Nichtschlagen mehr. Nicht mich ausgetrickst, oder so. Einfach bessere Items gehabt. Fuhu. Jetzt ist sie aber auch Schluss, Mann. Nee, das war ich nicht. Ich wurde schon wieder von der rote getroffen, gerade. No way. Digga, was ist das? Vor allem auch mitten in der Luft. Das ist absolut Bullshit-Rennen vor dem Herren. Ich kotze gleich richtig ab, ey. Wow. Ich sag mal so, wenn du ganz vorne bist, dann hast du eigentlich kaum Schwierigkeiten. Ich war die ganze Zeit hinten und von allen möglichen bombardiert. Oh, äh, ich war übrigens erster und wurde fünfmal getroffen. Zweimal von mir. Ey, es ist echt kein Spaß, wenn Leute sagen, dass das hier Freundschaften zerstört, ne? Ich lösche gleich die Nummer von Maxi. Die erste Runde lief so gut für mich und jetzt kriegst du auch aufs Maul. Ja, alles kann sich drehen in einem Rennen. Das erste Spiel war gut. Wovon reden Sie? Das hat nie existiert. Achso, stimmt. Oh. Also ich kann das gut verwenden, aber... Ich war noch nie gut. Nice. Ey, wieder eine rote, ne? Ey, Digga, ich raste gleich komplett aus hier. Hier ist gleich gar kein Spaß davon. Danke fürs Klauen. Fuh, Fuh. Du hast einen schönen Pilz bekommen, ne? Freust du dich drüber, ne? Ja. Schwein. No way. Crazy. Da kommt einfach ein Bus raus oder was auch immer das ist. Das war die Map, die wir vorhin hatten. Wie, wir hatten vorhin eine Map? Au, au. Maxi, yo, wo bist du hin? Also die ist mir neu. Keine Ahnung. Ultra weit weg. Falsch eingesetzt. Hey Maxi, wo bist du eigentlich gerade abgebogen? Ich hab die Korb übergezogen. Warte, du kannst doch abbiegen. Aua. So. Jo, Gustav überholt mich erst mal. Was bist du denn, Alter? Ich bin eine kleine Hode. Ich hab grad einen Ultra-Boost bekommen. Ja, von meinem Windschatten. Das ist sehr wichtig in dem Spiel. Es gibt Windschatten? Ja. Stimmt. Hab ich ganz vergessen. Wo wärst du eigentlich hin? Ich weiß es nicht. Ich kenn die Map doch nicht. Also meine Letten. Hey, da kam schon wieder ein Rotes, ne? Ich hatte diesmal eine Münchner. Ich fahr halt einfach so komplett hinterher. Ich krieg die ganze Zeit nur München ein Alten. Ja, du bist ja auch weit vorne. Nachdem wir alle von irgendwas getroffen wurden. Außer du. Maxi wird immer getroffen in seinen Träumen. Was? Hä? Was? Sehe ich genauso, Fufu. Please make more sense. Was ist das denn? Spiel die hübsche Toinette. Du bist doch genau hinter mir dann. Ja, jetzt endlich, Mario. Das hat so ewig gedauert, bis ich da bin. Gustav, wie wärst du mit mir nicht überholt? Wahrscheinlich, dass die hier super zeugt, dass so 10.000. Gustav, das war nicht von dir, oder? Nö, das kann man nicht als Zweiter kriegen. Achso. Richtig? Komm schon. Ein Letzt noch. Na! Ich hasse es so sehr, gegen dich zu verlieren. Das tut mir so richtig weh. Ich hasse das so sehr. Ich bin so richtig kompetitiv gegen dich. Die anderen sind mir scheißegal. Wenn Fufu gewonnen hätte, wenn der Nächte gewonnen hätte, ey, Glückwunsch, ne? Einmal abhaken, einmal Hände schütteln, cool und so, ne? Aber dir gönne ich nichts. Haben wir jetzt drei Rennen gehabt? Ja. Ja. Als ob das nicht vier waren. Wann drei. Ich bin so lost in meinem Leben, ne? Das war... Nein, wir haben schon vier Rennen gehabt. Das Maximale, als erster kriegt man 15. Ich hab 49 Punkte. Das kann nicht sein, dass wir drei mal gefahren sind. Fünftes Rennen, steht da. Weißt du, als ob ich nicht zählen kann. Ich kann nicht zählen. War noch nicht in der Schule dran, ne? Eben. Maxi hat so gar keine Probleme, hier einfach zu gewinnen, ne? Juck den gar nicht. Nein, Blutzi. Ich hatte drei Pilze, aber das ist cool, dass wir da sowas getroffen werden. Du hast wahrscheinlich die Münze, oder? Ja. Münze, Bananen und eine Bombe, aber die bringen ja nichts. Yep. Die bringen nichts. Was ist ein Geist? Der klaut, glaube ich. Ja, du hast mir gerade zwei Pilze geklaut. Glückwunsch dafür. Danke. Danke. Ja, nee, ist alles gut, Mann. Ist alles gut. No hard feelings, ne? Also außer, dass ich verfluche. Oh, noch eins. Ja, weil der mir runtergefallen ist. Ey, ich bekomme die ganze Zeit Pilze geklaut. Willst du mich gerade ficken? Digga, ist das gerade ein fucking Witz oder so? Am I a joke to you? Irgendwas kommt auf mich zu. Ja, aber die blaue Schale bringt auch nichts. Du bist so weit weg. Digga, kannst du aufhören, mir alles zu klauen? Ich habe ungelogen sechs Pilze und zwei rote Schalen bisher verloren durch Klauen von Dingern hier. Fuh, Fuh, sag mir nicht, du bist die Rakete. Jesse, wie geht's dir? Schnauze voll von diesem Spiel, Alter. Ich bin noch dritter geworden. Junge, Fuh, Fuh. Ey, nein. Nein. Ernsthaft? Wieso werde ich getroffen und nicht Gustav? Wait, what? Ja. Hä? 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 Wieso ist die auf mich gegangen? Nein. Das ist nicht. Das hat null Sinn ergeben. Hä? Das hat null Sinn ergeben. Das hat null Sinn ergeben. Das hat null Sinn ergeben, deswegen. Clean. What? Gustav, du warst so ein erster. Ja, ich war erster die ganze Zeit. Hä? Ja, geil. Feier ich auf jeden Fall. Ah, letztes Rennen. Das sind es acht. Perfekt. Ach, du hast bis acht eingestellt. Anscheinend habe ich bis acht eingestellt, ne? Ich dachte, das ist vier, ne? Das ist ja besonders lustig geworden, ne? Ja, ne, go. Fuh, Fuh, ist insane. Das hat Gustav mir Bagger gebracht. Fuh, 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 einfach der Beste dabei. Hä? Ich habe Coins bekommen. Ja, gönn dir Coins, Junge, wenn du zehn hast. Alter, Ultra. Jessie! Was hast du gerade? Achso, warte mal. Maxi hat gerade Jessie gerufen. Ich habe gedacht, Jessie hat Jessie gerufen. Jessie! Das war sehr mädchenhaft, aber das kennen wir ja nicht anders von dir. Das ist nicht böse gemeint, ne? Es ist einfach nur, ich gebe nur wieder. No front. Maxi? Genau, no front. No front. No front, aber ich mag dir ja wirklich nicht, Maxi. Na, wie in meinen Kommentaren, no front, aber du siehst aus wie eine Transe. Schlimm. Unter meinem Pokémon-Video, I love it, man. Digga, dein Ernst? No way. Das war verdient, das weißt du. Nein! Ich wurde einfach da rein beschleunigt. No, wieso schon wieder ein Blauer? Ich kriege das Kotzen mit dem Spiel. Och Mann. Ey, fuck off, Jessie. Überholt, laddie. Genau, fahr mal wieder in die Wände rein. Das kannst du am besten, ne? Ja, ja, ja. Ja. Oh, ich fahre einfach runter. Nein, ich fahre auch runter. Was, das war absolut wack von uns. Das muss man jetzt einfach mal sagen, Mixi. Mixi ja vor allen Dingen. Ich kriege einen roten ab. Nice. Au. Ich kriege noch einen roten ab. Oh mein Gott. Die Musik in diesem Level geht so ab, ne? Ey, no way ist jetzt noch irgendwas abgekommen, oder? Oh mein Gott, Gustav. Oh Gott, das ist... Ich habe gesehen, hey, du bist halt einfach so, da war die Strecke und du bist so, ne? Ich fahre jetzt geradeaus. Ich gebe kein Vier drauf. Hey, ich habe vier rote, glaube ich, abbekommen am Ende. Geil, Mann. Ich habe es auch mal gespürt, wie es ist, ne? Ich habe vier rote abbekommen und zweimal einen Bumerang. Ich lache Jessie aus, fahre einfach von der Strecke, also ich fahre einfach geradeaus runter in die Strecke und höre nur Mixi. Ich auch. Geil. Ich habe mich da auch so hinterher gefahren, ne? Das war geil. Das hat echt viel Spaß gemacht. Ja, ich habe Bullshit. Ich habe vier Rennen eingestellt und wir haben die vier durchgefahren. Ja, es sind drei gefahren. Das waren drei. Das waren drei. Jetzt im Ernst? Vielleicht hat er uns einfach nur die vier gefahren. Wait. Ich glaube, er wollte einfach nur nicht, dass Maxi gewinnt. No way. Aber, hä? Das waren drei Rennen. Ja. Oh.